Leute, ich bin Helge Wimmig und willkommen zum Waffenmeister Mittwoch und jetzt Battlefield 3. Jawoll, und, oh no 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 no, ich kill schon hier den ersten, ich kill schon hier den ersten. Nicht, natürlich kriege ich nicht, den ersten. Das wäre ja schon viel zu gut sowas, wenn ich hier den ersten sehe und dann direkt jemanden töte. Nein, ich werde getötet. Swarley? War das gerade Swarley? Ist aber nicht mein Abonnent. Swarley, oder? Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Wenn's das ist, dann Grüße. Das wäre aber dann ein großer Zufall. Aber ja, wieder ein bisschen Waffenmeister Am Mittwoch Davor kam ja Battlefield 4, jetzt kommt Battlefield 3 Weil, boah, 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 boah Arschloch, ich hab dir doch in den Kopf geschossen Du Pisse, wie kannst du denn doch überleben Sagen wir, was ist denn mit dir schief Was war denn mit dem schief, da schießt du dir in den Kopf Und dann, boah, weiter und tötet mich Ja, mei, so ist das halt passiert Obwohl, ich glaub, das ist sogar ein 60 Hertz Ein Hertz, ein 60 Hertz Server Du schossst ein 60 Hertz, ho, ho, ho Hör auf, mir den Arsch zu schießen, do Wichser Holy shit Ich weiß nicht, ob das ein 60 Hertz Server ist Ich glaub, das gibt's noch bei Battlefield 4 oder ist das auch bei Battlefield 3 so Ich hab keine Ahnung, aber ich fühle mich verfolgt hier Egal, oh, oh, oh Oh, oh, boah, 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 boah Yes Huah, dat war geil, dat war geil Ich bin geil, okay, ich bin nicht mehr geil Bin der Gamer, PL hat mich getötet Arschloch mit einer Strohfhinte aus der nächsten In my face Und irgendwie ist da einer voll weit vorne Habt ihr das gesehen? Der war so richtig weit vorne gerade Der ist ja irgendwie Voll, auch ein Asiate vielleicht Kann ja auch sein Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, yes, da hab ich den erwischt Opa Spannender, spannender Kampf hier unten in der Garage Heftig Oh, oh, nö Mit der Saiga, du blöder Pescher Mit der Saiga hat er mich die Drecksau Oh, die blöde Meine Fresse, Alter Das ist ja gar nicht nett gewesen gerade Ah, mit der Glock Mag die Glock Die österreichische Waffe Die Glock Die ist schön Mag die Oh, wo, da ist jemand gestorben Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da, 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 da Da, 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 da Wo ist Habt ihr meine Sound-Effekts auch voll Gerade mitbekommen? Ich mach selber Sound-Effekts Ich bin Sound-Synchron-Sprecher Ich mach da, wenn ich schieße Pa, 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 pa Eine Hilfe bei Killen nach dem anderen Was ist denn hier los? Was ist denn da los? Ihr blöden Arschlöcher Gib mir Punkte Ich hätte eigentlich schon zwei gekillt Aber nö Ist ja nur Hilfe bei Kill Ich fühle mich gemobbt Ja, genau Muss der mich jetzt sehen Ich hab gedacht Der seht mich nicht Mit deiner scheiß 870C Irgendwas Schrotflinte Schreisdreck Arschlöch Meine Fresse Aber ja Schade, dass irgendwie bei COD Gerade gar nichts zu finden ist Mit Waffenspiel Das ist echt heftig Nicht mal bei Black Cops 3 Und bei AW Brauchst du ja eh Gar nicht versuchen bei AW Auf dem PC Brauchst du gar nicht versuchen Findest du gar nicht Du kannst ja froh sein Wenn du den T-Demmy-Warp findest Oh, da wurde einer wieder Gerade ordentlich weggeschroutet Ich trau mich da gar nicht hin Ehrlich gesagt Sonst werde ich auch umgeschroutet Kein Bock drauf Weggeschroutet zu werden So auf Distanz Ein bisschen vielleicht Wo sind hier denn die Gegner Oh, 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 oh Genau Genau Du Arschloch Ach, ja Ist das schön Wenn man hier einfach nur Auf die Fresse bekommt Ja Der tutet mir auch noch Die ganzen Gegner vor mir weg Es läuft Rückwärts läuft's Ja, komm Verbiss dich Du wirst mir eh Du wirst mir eh nur wieder In den Kill stehen Geh doch weg, Mann Ich will nicht mehr vorbei Los mit dir Die Runde ist eh gleich wieder vorbei Was ist denn das? Oh, oh Da, 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 da Oh, oh Da, 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 da Komm, 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 komm Yes, hab ihn Geiler Scheiß Ich hab den erwischt Oh, nein, das werde ich auch noch Gebessert Das werde ich auch noch Gebessert Nein Es war peinlich Ich schäme mich jetzt Ich schäme mich jetzt Ich werde jetzt meinen YouTube-Kanal sperren So sehr schäme ich mich jetzt gerade Vor lauter Scham werde ich jetzt meinen Kanal sperren Ja, so ist das Oh, oh Oh, ich hab dich angeschossen Ich muss dich noch umschießen Alter, hier laufen so viele Gene rum Dass ich gar nichts mehr sehe Oh, oh, ja Wo kommst denn du her? Oh, Arschloch Mann Eine ist hier schon fast fertig Eine ist schon fertig Hier hat mich mal die zweite Waffe Nicht mal die zweite Waffe Ja, ich sperre da meinen YouTube-Kanal Weil ich mich jetzt gerade schäme Sowas abgeliefert zu haben Hier Direkt Ja, komm Spring doch Geh doch Ist eh gleich vorbei Ist eh gleich vorbei Komm, 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 komm Oh, wieder noch hier vorbekehren Alter, willst du mich Durchgehend verarschen? Mann Jetzt hab ich sogar zugesehen Wer den getötet hat Ich wollte ihn noch erschießen Schade Der hat mich voll angesprungen Ich wurde letzter 20. wurde ich Gab es noch jemanden Der noch schlechter war als ich? Ich denke nicht Ja, Leute Ich werde meinen Kanal Jetzt einfach löschen Ja, weil das gerade so beschämend war Mache ich das jetzt einfach Egal Das war das zweite Video Zum Waffenmeister Mittwoch Heute Ein bisschen kürzer ist Diesmal Aber scheiß drauf Alter draußen Wird jetzt gerade ein ordentliches Gewitter gleich geben Die Wolken sind Voll grau und schwarz Nur mal so nebenbei War schon interessant Egal Haut rein, Leute Ciao Bis zum nächsten Mal Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal